Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner, das war ein Befehl zu widersetzen! Das war ein Befehl der Vorgaben, Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generator, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält. Jahrelang hat das Militärm moderiert die Aktionen nur behindert. Es hat mit denen nur als festmittelt... Widerstand in den Weg gelegt, ich habe dir gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter, von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch. Alle Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei dem verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Es ist jetzt noch ein Problem. Dann ist das ein Problem. Und wenn Sie, was Sie wollen. So was Sie wollen? Dann sind Sie jetzt eigentlich ein Problem.